Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Ja Leute, wir mussten leider noch mal neu anfangen, da der alte Spielstand leider broken war. Wir hoffen, dass es jetzt beim nächsten mal fortgesetzt werden kann und ja, als Info, wir spielen jetzt auch schwer, was wir vorher nicht gespielt haben. Ich denke, es wird ein bisschen interessanter sein zu dritt dann gegen die Einheimischen. Und ja, ansonsten kleiner Hinweis in eigener Sache. Aktuell stream ich jeden Mittwoch ab 17 Uhr The Forest auf Twitch. Wer Bock hat, wer live dabei sein möchte, kann gerne vorbeischauen. Ansonsten findet ihr aber auch hier bei YouTube immer unter dem Community-Tab immer Sonntagsabends die aktuelle Stream-Übersicht für die kommende Woche. Gut, Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge The Forest. Na also, Tag. Na also, müsst ihr. Es ist also neu. Alles neu. Alle neu! Alles auf Anfang. Jetzt kriege ich aber das erste mal den Zaun von dem Flugzeug erspringen. Halt die Fiss! Halt, was frisst du denn schon, wenn ich noch im Absturz-Modus bin? Alles weggegessen. So lange du nicht wieder anfängst, die irgendwelche Mauern zu ziehen, ne? Doch, die Mauern habe ich auch schon gesetzt. Da kann man ja schon loslegen. Wir bleiben beim Flugzeug. Hier sind die Koffer. Soooo. Das sehen wir dabei. Das ist aber geil, dass das Essen noch steht, so nach so einem Absturz. So, und jetzt spielen wir auf schwer. Ja. Ja. Bin mal gespannt, was das ändert. Ich auch. Junge, hau doch auf den Koffer. Wir sind los mit dir. Wenn hier noch Koffer wären, aber Snarko hat hier schon wieder alles angegrabbelt. Ist ja egal, das ist ja eh der Loot. Der Loot für dich. Geh weg von dem Koffer, Junge. Zack. Wie siehst du denn aus jetzt? Bleib mal stehen. Jetzt bist du so ein Kalkopf. Geil. Passt ja. Du ist ja ein Hippie, ey. Ein Hippie, ja. Ein Lobob, ey. Ein Lobob. Ein Hippie, ja. Ey, was ist jetzt? Tapp doch nicht raus, Junge. Hä? Ja, awesome sehe ich aus. Das ist ähm... Alter. Wenn ich linke Maustaste drücke, schließt dich sie vor, bis... Also das Spiel ist schon... Ist schon geil. Geil, wa? Jeden Tag was Neues. Hallo? Aha, jetzt geht's wieder. Geil. Ich glaub ich hab was gehört. Also ein Lärm, die ihr macht, ist das nicht zu überhören. Die machen doch nichts, die wollen nur spielen. Ja. Ja. Ich würd halt immer gerne versuchen, sie nicht direkt anzugreifen, wenn sie sie... ...und dann erstmal blocken. Mach doch, was er wills. Hm. Hm. Ja, B geht auch. Für mich ist hier nix mehr. Glaube ich. Ja. Ich mache die Punkte... Ich muss den Knoppen verpacken. Ja. Ach, hier liegen noch... ...mehr! Äh! Schieß den nicht runter! Was ist denn jetzt? Schmeiß den Tennisballon nicht gleich weg, Junge! Den Koffer sehen wir nicht mehr wieder. Der Koffer ist weg, kannst du gerne runter gehen. So, dann gucken wir uns jetzt erstmal an, in welcher Ecke wir hier sind. Wo ist die Karte? Da wo das Flugzeug ist. Ja, aber ob ein Dorf in der Nähe ist. Ist ja nicht immer gleich die Karte oder was? Du stürzt nicht immer gleich ab. Die Abschlussstelle ist immer anders. Gut zu wissen. Juuuut, erstmal machen wir einen Speer, Alter, weil wir was können. Konnte man den nicht sogar auch direkt verbessern hier? Knochen. Ah, nee, Knochen. Huah! Alle Tiere sind zu schnell für mich. Das ist ein bisschen krass. Geil. Wo waren die Waffen denn nochmal? Was? Was? Die Waffen. Besser mit. Wie machst du das nochmal? Was war ich? Wie? Und dann einfach irgendwas reinpacken auf die Decke und dann... Zwei Stücke sind... Ja. Das ist schwer. Ja. Da trägt er dir dann alle möglichen. Komm jetzt hin an. Mehr kannst du ja noch nicht machen. So. Gucken alle zu viel Gronkh hier, Leute. Müsst euch nicht wundern. Ich hab mich schon beschwert, aber es nützt nichts. Der gehen war oder was machen wir? Was macht ihr da? Ja, ich hatte gerade... Was ist das denn? Da hin? Geh hin. Ach so. Nee, jetzt. Nee, zwei. 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 Blümchen. Alles mitnehmen. Blätter. Blätter. Blätter ist wichtig. Ist ja nie los. Ja. Mal gucken, ob wir da mal so einen geilen Bauplatz finden. Wo halt so Viecher und sowas alles sind. Kann ich die essen? Ja, fast. Obwohl die Map ist doch immer gleich. Es ist doch nur der Absturzplatz anders, oder? Die Map ist immer gleich. Nur der Absturzplatz ist anders. Nur der Absturzplatz ist anders. Was ist mit den Pilzen? Kann man die essen? Ja. Junge, Junge. Geht schon wieder los hier. Guck mal, da fliegt noch eine Feder. Kannst du hier ein Seil dran machen und dann hast du einen Glücksbringer. Ja, wenn die Map immer gleich ist, dann können wir eigentlich wieder dahin, wo wir waren. Können wir machen, ja. Da war doch gut der Bauplatz. Da war gut genug Platz. Dann müssen wir nämlich einmal rüber hier, quer über die Map. Die Richtung. Ja. Würde ich behaupten. Das Blaue hier. Was ist das? Ich sehe da gar nichts. Es ist das Symbol. Was kann ich eigentlich so viel Steine mitnehmen? Ich sammle die ganze Zeit Sterne. Die fallen auch hinten wieder raus, wenn du was aufgehst. Ja. Wow. Warum hast du mich jetzt in die Luft geschossen? Wer? Ja. Du gehst an mir vorbei und ich hebe zwei Meter in der Luft ab. Ich habe öfter diese Wirkung auf andere. Waschen müsste ich mich auch machen. Wie sehe ich denn aus? Guck mal, hier ist ein Weg. Mein Gott, das geht schon wieder los, ey. Neue Gegenstände. Drücke B zum Öffnen des Überlebensbuchs. Mach ich. Alles gut, Junge. Ich kenne mich auch was. Jetzt wird es echt schon wieder dunkel, oder was? Ey, ein Hasi. Wo ist er? Spät. Da hinten läuft er. Zwei Stückleuch hier. Für jeden einen. Juhu. Hey. Hier sind drei. Zwei Hasen für jeden einen. Wo bist du denn? Gehen wir im Sperr, Alter. Da hinten läuft er wohl. Oh, hier sind Rehe. Dingle Tanglebob. Oh, das ist ein Eingeborener. Wuuuh. Hau ab, Alter. Ich mach mal Licht. Wahnsinn. Ich hab ein Rehe erlebt. Ja, lass die Frau mal alleine. Hm. Okay. Nicht von der Gruppe entfernen. Ich hab gejagt. Ja. Selbst wie ich sagen müsste. Du küsst hier und so. Ach. 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 Hier ist die Höhle, ne? Die eine. Mhm. Die linken Seite. Ach guck mal, sind wir doch schon da. Alter. Einmal gespielt, er kennt die Map schon auswendig. Schiene, ey. Dieses mega Feuerzeug. Dieses mega Feuerzeug. Ja was, wirst froh, wenn du in der Wildnis bist so ein Feuerzeug hättest? Mhm. Mhm. Und macht auch gar keine Werbung für Big-Feuerzeugen. Da steht aber nicht Big. Ne, steht Eul drauf. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Hey, ein Lursch. Da ist man da an uns vorbeigeflitzt. Ein Lursch. Ja, das ist doch. Eine Eidechse. Genug. Jetzt sind wir durchs Wasser, weil wir uns wahrscheinlich einen Asch abfrieren. Krokodile werden schon ganz verlegen. Wir sind wieder Hasis. Na Junge, jetzt hast du verloren im Wasser. Mhm, weg ist er. Halt die Gosche. Kümmer dich um deine Rehe, Alter. Basalt, ich treff nix. Moin. Geht der schwimmen oder was? Ich weiß es nicht. Wäscht sich alle. Na ja. Aber ich weiß es noch. Waschen. 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 Das war mit dem Rauch. Das es in dem Spiel Haie gibt, weißt du, ne? Nicht. Ja und? Ja und? Wenn ich hier beim Schluss. Was geht denn los mit dir, ey? Nur Krokodile gibt's hier. Die weiche Ei, ey. Geh weg von meinem Feuer hier. Verpisst euch. Ich will den Stein da wegnehmen. Junge, dein Ernst? Ah, hey, Hasi, Hasi, Hasi. Es geht nichts mehr hier. Junge. Wo war der Hasi? Ist auch nicht so, dass ich erfriere. Ich krieg's Feuer nicht an. Ja, weil ihr alle rumfingert, Alter. Lass das doch mal einmachen. Ich bin da doch gar nicht dran gewesen. Nee, gar nicht. Es geht auch nichts, Alter. Ja, es kann keiner aktivieren. Nee, keiner kann es aktivieren. Ich stelle mich hier hinten hin, damit du siehst, dass ich nichts mache. Genau. Ich möchte ihn wieder rumbacken. Wenn ich schütt. Ja, schon geht's. Ja. Ja, was? Weißt du, kurz vorm Sterben, Alter? Unglaublich. Ja. Wie, ja? Wie war fast der Froh an? Kommen wir euch mal euren eigenen Scheiß. Soll ich nicht mal was zu essen brauchen? Jetzt auf dein eigenes Lagerfeuer packen. Boah, Zicke. Ey. Was ist? Ja, wir sind hier nicht befreundet. Das ist Survival pur. Also, wenn ich Schaden kriege, töd ich dich. Krieg Schaden? Hab ich auch vorhin ganz ziemlich geordnet. Hat noch irgendjemand was zu essen? Sonst lege ich noch ein drittes drauf. Können wir die alle hier um meinen Lagerfeuerung. Ich hab noch die Mars-Sneckis. Nee, ich hab da Flasche in der Tasche. Wenn einer das andere mal runter nimmt, bevor es verbrennt. Gut. Dann muss ich sein aber schon voll an mir. Oh, voll. Ist noch ein Läckerchen für Zagos drauf. Auch wenn wir nicht befreundet sind. Ich hab selber, ich brauch nichts. Mit ihm will ich niemals abstürzen. Und über den Scheiß darunter. Ich hab da eins am Ende, ey. Ohne Scheiß. Ich hoffe, dass ich beim Absturz sterben will. Oh, jetzt verbrennt er auch noch. Ja. Drama. Ich geh mich auf Eier, Leute, ey. Hey! Guck mal, jetzt ist das Fleisch weg, Alter. Ist das Fleisch roh gefressen, oder was? Ey. Was für ein roter Fleck, Basalt. Und wem meinst du? Guck mal, was ich trinken kann. Gib doch mal die Goschen her. Weil er mit seinem Feuer zurückgebe mir auch einen Bommel hier. Weg hier. So kann ich hier nicht trinken. Finde ich nicht in Ordnung. Nee. Hier kann man nicht trinken, sondern in Tempel. Wir sind schon mal am Fluss getrunken. Gab nur ein bisschen Bauchweh. Wo ist denn denn da? Sind wir denn überhaupt? Ach so, wir müssen nochmal über am Fluss drüber. Oh, okay. Easy peasy. Suck. Oh, wie ist es kalt. So, wo sind die, du ich hier? Wo sind sie? Ey, ja, toll. Kann man die nicht aufspüßen, die Leute schon jetzt? Und hier könnte man doch auch schön bauen mit der Wand im Rücken. Na hallo, das ist doch dasselbe, wo wir letztes Mal waren. Ja, aber dann direkt hier an der Wand und nicht vorne am Rand. Ich bin dafür, jeder baut sein eigenes Dorf. Jetzt geht das wieder los. Dann zieh mal einen großen Zauber und wie war es der Ricks und Hoberlings. Das war ja. Das ist dann meine Bauwiese hier. Ihr müsst euch dann was anderes suchen. Richtig. Wir sind hier nicht in Seven Days. Was denkst du auf meiner Schulter? Was ist denn los? Hadi. Basalt, ey, du Pfeife. Gut, also bauen wir hier da was eigenes. Ne, wir können auch was zusammenbauen. Was war das? Asi. Asi. Jagst du die jetzt echt hier über die Wiese? Ich seh immer nur einen Hasen flitzen. Snuffo hinterher. Ja. Du sollst arbeiten, Alter. Bäume fällen. Nicht hier rumpimmeln. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ja. Ja. Nur Scheiße, wie immer. Hä? Was mach ich denn hier? Meine Frise. Na ja, der Kerl ist so durch, ey. Das fragen wir uns seit Ewigkeiten, was du so machst. Ah, das gibt so viele dumme Dinge, ey. Brille, Brille. Schön lange Nacht hier, ne? Mhm. Ja, komm, man trink halt erstmal nicht. Ähm, nicht kalt. B, Lagerfeuer. Snack. Aua. Raum, Fels, Nagel. Ja, hab ich schon gemerkt. Entschuldigung. Da war ein Reh. Einmal mit Profis, ne? Einmal. Da, 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 da. Ja, aber was ist denn, wenn die dann von dem Berg kommen und drunter springen? Ja. Wenn du da an dem Berg baust, so hoch ist das der auch nicht. Das ist ne gute Frage. Ja. Springen die in dein Lager rein? Du sollst Bäume fällen. Kapierst du das nicht? Snack, wo kommst du mal eben her? Hier liegt noch Essen. Ja, ich hab schon drei Bäume gefällt. Ich hab, ich hab... Oh, drei. Schon zehn gefällt. Ich kann sie aber nicht mehr aufnehmen. Da, umsicht. Na, johle. Dankeschön. Ich werde mit dem Blumen geweigen. E. 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 Acht? E. E. Deuator- E. Ich weiß nicht, was ich wollte? wie lange die auf dem baum herum her ist da mal was passiert ja manchmal nichts in den armen ne manchmal musst du von zwei seiten hauen sonst geht das nicht wie ihr macht Licht an auf jeden fall haben wir gleich alle bäume auf die wiese weg oder was geile mato na bambi was geht bei dir ja wie gesagt wenn man da so eine wand ansetzt dann keine ahnung wenn die von da oben kommen und einfach ins lager springen die können ohnehin soweit ich das mal mitbekommen habe bäume hochklettern da kannst du auch mal da ein zwei bäume stehen dann können wir baumhaus bauen ja dann lassen wir die hier hinten stehen baumhaus da oben drauf schon angefragt ist keine ahnung sollte auch erst mal ein baum stämme reichen willst du frei bauen ja einfach erst mal eine wand ziehen oder man müsste dann oben auf dem berg auch noch mal eine kleine wand ziehen keine ahnung keine ahnung ach guck mal wir haben da vorne eh ein Dorf ja na klar naja da wo wir letztes Mal auch waren das ist auch der Tümpel ja das hatte ich schon wieder vergessen ja wann kann ich da ja auch trinken gehen weil es dürstet ihn Leute die Leute ey Leute ey dich jetzt von so und sie mit da rein ja gehen wir nicht rum oh hallo stehen sie mal nicht in meiner wand drinnen haust du schon mach gerade eine blau pausen die blau pausen die sehe ich nicht ne kommt sieht man nur allein kannst ja auch nur sehen wenn ich sie aktiviert habe du ziehst sie durchgängig soll hierbei irgendwie so ein Tor oder sowas er baut doch mal noch nicht ne muss erst mal hier gucken ob man das so machen kann ja jetzt seh ich die Dinger auch kann ich denn irgendwo schon mal so ein Ding zum Sammeln von Steinen hinsetzen nein ja dann muss ich lass ich mal kurz ne Sekunde gedulden ja wird der machbar sein ich weiß noch nicht ich weiß auch nicht ey kennst du das ja das ist ne Wand ne hab ich den gerade gemacht ja wie groß machen wir denn machen wir auf dicke Hose oder was wie immer halt wie eben war es auch nicht ganz so ja wie ist das da muss man halt oben auch nochmal eine ziehen wahrscheinlich wahrscheinlich springen die dann so schräg rein oder was keine Ahnung Quenny wollte das so Quenny ist schuld wenn es nicht klappt ne ja du wolltest hier eine Wand bauen Bambi guck mal die können wir jetzt einzäunen ja zum schmusen das hat es gehört und rennt direkt weg sollte ich mir Gedanken drüber machen tja kann man ne zack Tür ist schon mal fertig geil Snowboard Snowboard bist du im Campfire besetzt? äh ja aber ich möchte ihn ja gut ich hab keine Orientierung in den okay man kann sogar nachträg ich noch Fenster rein können die denn durch Fenster durch? weißt das alle? nein das kann ich dir nicht sagen sie machen nur die Wand dann kaputt wenn wir beim Fenster sonst äh durchs Fenster können sie nicht dann machen wir mal hier so ein Guckloch oder vielleicht immer in jeder Ecke aber hier ist schon zugebaut ey man kann ja vor den Mauern äh die Fallen da setzen dann latschen die da rin ja das ist aber schon ganz cool I like it wer hat das Reh geschlafen servus servus glück auf du 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 Handy Arbeit Vibration heute nicht zur Arbeit kommen heute nicht zur Arbeit kommen so 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 h